Beim Taslim, wenn man zum Schluss beendet und sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah, das müssten wir normalerweise sagen, aber man sagt Assalamu alaikum, das ist nicht richtig, das ist nicht Assalamu alaikum, sondern Assalamu alaikum. Und der Taslim, der erste Taslim ist was? Säule, Pflicht oder Sunnah? Stimmt ihr überein? Ja? Seid ihr euch sicher? Wirklich? Denkt nochmal nach. Das ist eine Säule. Manche kriegt man, aber die anderen. Unser einer Freund, der ist nicht da, sonst hätte es geklappt. Das muss man auch richtig ausführen, wenn das eine Säule ist. Naam.